Was geht ab, lieber Tennisfreund? Du bist wieder bei meintennisgame.de. Mein Name ist Markus und im heutigen Video möchte ich einmal Danke an die tolle Meintennisgame-Community sagen. Normalerweise mache ich sowas immer irgendwie neuer, aber es hat mich spontan überkommen. Ganz einfach aus dem Grunde, es ist wirklich toll, mit wie viel Interaktion dieser Kanal hier stattfindet. Wie viele Leute kommentieren und vor allem nicht nur, dass sie kommentieren, vor allem wie sie kommentieren. Es gibt ganz viele Kommentare, die immer so schön reflektiert und durchdacht sind und die wirklich mir auch neue Denkanstöße geben. Und dafür will ich einfach mal Danke sagen jedem Einzelnen, der sich wirklich immer auch die Mühe macht, so einen richtig langen Text auch zu schreiben. Ich lese mir alles durch. Es interessiert mich wirklich sehr, weil wie du vielleicht auch schon mal mitgekriegt hast, ich bin jemand, der gerne auch sich mit anderen Menschen auseinandersetzt, im Positiven wie auch im, naja, was heißt im Negativen. Denn ich streite gern, aber ich versuche auf der Sachebene, wobei ich selber nicht immer sachlich bleibe. Ich bin auch ein sehr emotionaler Typ dann teilweise. Also ich drifte dann manchmal schon von der Sachebene ab und gehe ins Persönliche. Wenn gleich ich mehr und mehr versuche, an mir zu arbeiten, mehr die Sachebene doch nicht zu verlassen, sagen wir es mal so. Und man kann ja, oder man kann immer nur das von anderen einfordern, was man selber ja auch vorlebt. Und wenn ich nicht sachlich bleibe, kann ich das von anderen nicht erwarten. Aber ich versuche es. Ich versuche es und ich bin sehr, sehr dankbar für die vielen tollen Kommentare hier. Ja, herzlichen Dank. Außerdem bin ich sehr überrascht, wie mein Nachtspaziergang-Video angekommen ist. Ich habe gedacht, das macht keine Klicks und ist den Leuten egal. Aber dem war nicht so, sondern anscheinend interessieren sich doch die ein oder anderen für meine Gedanken. Nicht nur ums Tennis herum, sondern auch abseits vom Tennis. Und das ist ein sehr großes Kompliment für mich, weil ich selber bin so jemand, wenn ich andere Kanäle sehe. Ich bin ja auch ein YouTube-Junkie. Dann bin ich immer sehr, sehr kritisch, wenn jemand sein Terrain verlässt und sich erdreistet, über andere Dinge zu sprechen. Bei dem einen oder anderen finde ich das gut. Ich weiß nicht, ob du den Kanal HKCM kennst. Dieses, nicht Heckler und Koch, sondern hier Philipp Hopf, HKC Management, Klinkmüller und wie die alle heißen. Mit dem war ich auch schon mal in Kontakt und habe mit dem eine kleine Korrespondenz gehabt für ein potenzielles YouTube-Video. Was ich machen will, was ich vielleicht auch mit ihm machen werde. Ja, also was ich sagen will, ist, diese Kanäle, die dann so anderen Fremd-Content auf ihrem ursprünglichen Kanal dann bringen, da bin ich immer kritisch. Aber wenn es zur Persönlichkeit des Protagonisten meiner Ansicht nach dann passt, dann bin ich doch dann sehr interessiert, was diese Person zu sagen hat. Eben zum Beispiel wie dieser Philipp Hopf vom HKCM-Kanal. Wenn der über Dinge redet, die eigentlich überhaupt nichts mit Investieren oder Investment zu tun haben, dann bin ich trotzdem interessiert daran, weil der Typ mich als Persönlichkeit einfach gedanklich fordert. Und das finde ich schön. Ich finde es immer gut, wenn jemand über den Tellerrand schaut und seine Gedanken mit anderen teilt. Manchmal bin ich nicht einverstanden bzw. sehe Dinge anders. Aber das ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, jeder, der eigenständige Gedanken formuliert, ist mir lieber als jemand, der nur nachplappert und einfach nur wiederkäut. Davon haben wir ja in dieser Zeit nur wirklich mehr als genug. Und ja, deswegen, wenn du Themen hast, von denen du gerne mal meine Meinung wissen möchtest, kannst du es gerne unten in die Kommentare mal reinschreiben. Ich habe zum Beispiel die Idee gehabt, mal ein Video darüber zu machen, was meiner Ansicht nach die großen Parallelen sind zwischen Investieren, also Vorsorge oder Investments generell, und dem Thema Tennis. Ich finde das nämlich extrem spannend, wie viele Schnittmengen diese beiden Themengebiete eigentlich haben. Und wenn dich das interessiert, wie ich das sehe, wie ich darüber denke, über das Thema Investieren und Tennis, warum das meiner Ansicht nach, wie ich schon gesagt habe, sehr miteinander zu tun hat, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann würde ich dazu mal ein Video machen oder beziehungsweise einen Nachtspaziergang. Und ja, dann können wir mal gucken, wie das so ankommt. Ja, also das war es schon. In diesem Sinne nochmal ein herzliches Dankeschön für alle Kommentatoren, für alle, die sich einen Kopf machen und das auch in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, Markus von Mein Tennis Game. Ciao.